Lieber Otto, hallo von der Bleiherde Palma hier ins Studio zu Bier. Wir sind also nicht nur voll, sondern mittlerweile auch vollzählig. Wie viele Anbader haben wir bis jetzt gezählt? Also 50 haben bis jetzt gesagt, wir trauen uns, unter anderem auch der Tim ist bei uns. Wie alt bist du? Elf. Du bist elf Jahre alt und so traust du dir das wirklich zu, mit erbackenen, harten Menschen hier wirklich ins Wasser diese Challenge anzunehmen. Warst du schon mal mehr? In diesem Jahr natürlich? Ja. Achso, danke. Danke dir, Tim. Toll, dass du da mal bist. Wir watscheln uns jetzt erstmal vorne an den Strand und gehen dann so halb links, also wir gehen jetzt die Kolonne mal gleich darüber. Ich leh da gleich vor. das ist... Ich komme, ich sehe das die Polizei nicht. Wenn das die Polizei sieht. Freunde, dir darf man mit Taxis ins Meer fahren. Liebe Grüße an Micha aus dem Deutschen Eck. So, da kommst du mit dem Handel. So, alle mal mit dir. Alle rüber. Das ist der Hammer. Darf ich dich mal ganz kurz zerstören? Das ist ja Verhältnisse wie an der griechischen Fremde. Komm, mach. Jörg, wie lange macht ihr das schon? Willkommen in Mazedonien. Komm, mach. Die Tore sind auf. Wie lange macht ihr das schon? Was denn? Anbaden? Ja. Wir sind jetzt im neunten Jahr, glaube ich. Neuntes Jahr anbaden. Okay. Und heute ausnahmsweise mal am Balneario 2. Das macht ihr sonst nicht, oder? Wir waren noch nie am Balneario 2. Man muss dazu sagen, kommen Sie durch. Geheizt. Hier hinten. Da ist Heizung an. Und ne, normalerweise machen wir auch jedes Jahr andere Locations. Wir waren schon in Puerto Portals. Wir waren schon vorne in Palma im Beach Club. Wir waren schon hier und da. Und in diesem Jahr ist mal einfach Balneario 2. Auch schön. Du hast kein Beach. Hier sind Bildesound dabei. Hallöchen, Grüße nach. Herr Diekmann. Alles im grünen Bereich. So. Und ich würde sagen, wir starten den Countdown. Scheiße, ich hab Schiss. So, alle zählen mit runter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und ich würde sagen, wir starten den Countdown. Oh 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 Geiles Anbaden, Freunde, wer nicht dabei war, scheiße, nächstes Jahr, nächstes Jahr bitte mit dabei sein, ist der Hammer, ist der Hammer, so was, das ist Mittelmeer, verstehst du, Mittelmeer ist da, habe ich gerade auch eben erfahren, erstens, ne?